Dieses Video ist für alle gedacht, die neu sind bei Helium oder Helium bzw. das Helium Network nicht ganz perfekt verstehen. Wir gehen hier ein auf Use Cases von Helium, sprich welche Companies es benutzen, welche Miner es gibt, worin sie sich unterscheiden, welche Antennen man kaufen kann für Helium, wo man Miner eventuell sogar herbekommt und am Ende ziehen wir einfach nur ein sehr subjektives Fazit, denn dieses Video ist nicht als Finanzberatung zu verstehen, sondern das ist meine persönliche Meinung. Und als Dankeschön für eure Fragen bzw. für eine nette und objektive Diskussion in den Kommentaren kann man bei mir Litecoin bzw. Helium gewinnen. Man kann am besten beide Adressen einfügen für den Fall, dass zum Beispiel die Helium Blockchain mal wieder irgendein Problem hat. Das kann man ja auf status.helium.com einsehen und wer von euch der Meinung ist, hey, ich sehe langfristig viel Potenzial in Helium, ich würde mir gerne auch einen Miner holen, aber ich habe keine Lust 1500 Euro auf Ebay Kleinanzeigen auszugeben teilweise, der kann mit dem Link in der Beschreibung sich einen bei Links dort holen, das kann man sogar mit Kreditkarte bezahlen, also man muss da nicht irgendwie über Tether oder Ethereum, Bitcoin etc. was bezahlen, kann es direkt mit Kreditkarte machen. Wichtig ist nur, dass man hier die U-Frequenz auswählt und man muss halt eben die Geduld mitbringen oder auch eben einfach nur so lange an Helium glauben, dass man sagt, für mich wäre das auch in Ordnung, wenn das Gerät frühestens im März 2022 da ist. Kommen wir dann zu Helium an sich. Was ist Helium? People-Powered Network Startup Wireless Revolution, also sehr flashy Begriffe, Buzzwords, die hier benutzt werden, wie ihr sehen könnt, das wurde schon auf Forbes, Time Magazine und allen anderen Kryptomagazinen schon berichtet über Helium. Das Erste, was hier einem auffallen sollte, ist, dass es 341.000 Hotspots gibt und das ist exponentiell, wie schnell das Netzwerk wächst. Also man hat das Gefühl, dass es sich pro Monat verdoppelt, was wahrscheinlich gar nicht so weit weg von der Realität entfernt ist. Als wir das erste Video hier vor drei Monaten gemacht haben, waren es noch nicht einmal 200.000. Und davor ging das Wachstum sehr, sehr, sehr langsam vorstatten. Aber im Grunde genommen Vorteile, die Helium Mining für den Endverbraucher bieten, ist zum Beispiel eben, dass man nicht die Grafikkarten-Power einsetzen muss, sprich man hat keine unfassbar hohen Stromkosten. Damit ist der Return of Investment bei so einem Gerät natürlich automatisch deutlich höher, da man wie viel, 5 bis 10 Euro an Strom pro Jahr bezahlt, nicht pro Monat. Da ist man bei einer 30, 70, glaube ich, schon bei einem oder zwei Euro pro Tag. Da muss man halt eben auch noch das Ethereum oder Bitcoin, was auch immer man meint, da abgezogen werden. Dann ist da beim Profit natürlich deutlich weniger übrig, wegen europaweit extrem hoher Stromkosten, die man in Deutschland hat. Also das ist auf jeden Fall ein riesengroßes Vorteil. Und damit baut man eben, also anstatt Proof of Work hat man eben dieses Proof of Coverage, was dafür sorgt, dass eben die Vernetzung ausgebaut wird durch das Aktivieren und zur Verfügung stellen von einem eigenen Miner, von der eigenen Lokalität, die man hat, die im Idealfall hoch ist und Outdoor und Sichtweite über möglichst viele andere Antennen hat, kann man dann eben durch Proof of Coverage Geld bekommen, je besser die Location ist. Geld in Form von HNT, also Helium-Token, der derzeit bei 43 Dollar liegt. Tut mir leid, dass gerade CoinMarketCap ein bisschen langsam ist und das Ganze nicht in Euro anzeigen möchte. Aber wir sind auch ungefähr da bei 40 Euro. Und man kann die Hardware, die man benutzen möchte, choosen. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man minen kann. Dazu gehen wir dann später auf Minen und schauen uns die verfügbaren Miner an. Was ich allerdings fast noch interessanter als die Miner an sich finde, sind die Use Cases von Helium. Und da wird sehr oft gefragt, was sind denn da überhaupt die Use Cases? Hier ist eine Aufzählung von verschiedenen Companies, die jetzt schon mit Helium zusammenarbeiten. Ich habe einfach ein paar von denen herausgesucht, dass ihr sehen könnt, dass ich eine Vorstellung davon habe, wofür Helium aktuell benutzt wird und was ich auch vorhin vergessen habe zu erwähnen, wo man Helium bekommt. Falls das einer von euch sich bis jetzt gefragt hat, man kann hier auf CoinMarketCap immer auf Market gehen und dann sieht man, auf welchen Märkten Helium angeboten wird. Weil CoinMarketCap aktuell irgendwie am streiken ist, sage ich es euch einfach jetzt. Zum einen könnt ihr bei Binance Helium einzahlen, abheben bzw. auf crypto.com geht das auch. Link zu Binance findet ihr in der Videobeschreibung, ist ein Affiliate-Link da und unterstützt ihr mich. Ihr müsst ihn aber nicht benutzen, wenn ihr nicht wollt und zu crypto.com wird dann demnächst auch ein Link folgen. Wir waren stehen geblieben bei den Use Cases von Helium und da gibt es zum einen Agulus, ich hoffe ich spreche das richtig aus, also eine Software für die Optimierung von Agrartechnologie. Dafür kann natürlich so eine Form von Proof of Coverage interessant sein oder auch zum Beispiel Salesforce. Ich habe jetzt leider nicht jeden einzelnen Artikel vollständig durchgelesen, um zu wissen, wofür das genau verwendet wird, aber das soll euch auch einfach nur einen Einblick darin geben, dass ihr einfach nur sehen könnt, okay, das ist jetzt nicht einfach nur irgendwie ein bloßes Versprechen, dass in Zukunft das Ganze verwendet wird, sondern es gibt schon erste Verwendungsmöglichkeiten. Airlie ist da auch dabei. Hier wird zum Beispiel die Luftqualität gemessen und im Grunde genommen, um es jetzt mal ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, ist es so, dass zum Beispiel Lime Scooter, die können ja nicht permanent, während sie so flott durch die Stadt unterwegs sind, in irgendwelche WLANs reingehen oder auch auf das Handynetz zugreifen, weil es teilweise nicht zuverlässig, aber hauptsächlich zu teuer ist, deshalb wird eher Long-Fi benutzt oder Low-Re, wie auch immer man es nennen möchte. Und zum Beispiel, wenn man sich ein Carsharing-Auto mietet und es dann eine gewisse Zeit fährt und man dann den Carsharing-Vorgang nicht abschließen kann, dann ist eben das passiert, was Helium beheben möchte. Man ist eben in einem Long-Fi-Funkloch gewesen und das Ganze hat nicht funktioniert. Also der Vorteil ist im Grunde genommen die Geschwindigkeit und die günstigere Übertragung von den Daten, um es ganz einfach auszudrücken. Hier ist auch zum Beispiel eine Möglichkeit, wie es smarte Geräte gibt, die die Wasserqualität messen, Care-Band, die zum Beispiel trackt, wie man zum Beispiel, wann man mit jemandem mit Covid, also mit Corona in Kontakt war. Das sind alles so die Einsatzmöglichkeiten, die es bei Helium gibt. Und es gibt zum Beispiel hier auch, ich glaube, das habe ich jetzt niemandem eigentlich ein bisschen erklären sehen, es gibt hier zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man seine eigene Firma anmeldet, um bei Helium mitzumachen. Da wird man wahrscheinlich vom Sales-Team kontaktiert. Hier werden einem noch einmal die Vorteile aufgelistet. Die Devices können 200 Mal weiter kommunizieren als WLAN, damit man auch da einfach nur eine Zahl hat. Hier wird auch erklärt, wie das Ganze implementiert wird in die Firma. Da muss man dann eben halt die Namen eingeben und dann bekommt man dann einen Demo-Termin, der wahrscheinlich ein bisschen dauert, bis man den wahrnehmen kann. Aber hier noch einmal im Vergleich zu anderen Anbietern, welche Vorteile Helium haben. Wobei man da auch ganz klar sagen muss, natürlich wird Helium hier keinen einzigen Nachteil aufzählen. Bei diesen Vergleichstabellen finde ich das so ein bisschen problematisch, weil die werden ja immer natürlich ein bisschen biased sein und nur ihre eigenen Vorteile hervorzeigen wollen. Aber okay, glauben wir denen einfach mal in diesem Fall für das Video, damit wir jetzt hier nicht darüber weiter uns aufhalten, wie ihr sehen könnt. Ability to pay based on device usage, connectivity without SIM-Cards. Das ist sehr wichtig, ohne SIM-Karte connecten. Also es gibt Geräte, Smart-Geräte, die brauchen ja natürlich, möchte keiner natürlich überall eine SIM-Karte einsetzen. Data-Poolen und Charges for Data Average, Coverage. Habe ich da etwa einen Tippfehler entdeckt? Also das sind so die Vorteile, die man im Vergleich zu AT, AT, Verizon und T-Mobile hat. Und was ich sehr spannend fand, ist, man kann hier zum Beispiel, wenn man jetzt eine riesengroße Firma ist, die über 100.000 Geräte verfügt und sagen wir mal, keine Ahnung, 20.000 Datenpakete pro Stunde kommuniziert werden und das Ganze soll kommuniziert werden auf einen Tagessatz, dann würde man hier einen Bruchteil von einem Centbetrag bezahlen für diese Datensätze. Ich habe tatsächlich auch jetzt das erste Mal diesen Kalkulator benutzt. Also ich hätte gedacht, das würde viel, viel, viel mehr werden. Ab wann kommt man denn da in einen Bereich, wo es denn kostenintensiv wird? Und tatsächlich scheint mir das Ganze wirklich sehr günstig zu sein. Wie es auch dann in der Realität ist, muss man dann sehen, aber so ist es jedenfalls auf dem Papier. Das ist der Explorer von Helium, wo man sich zum Beispiel anschauen kann, wo die Hotspots sind. Ich nehme mir dazu auch sehr gerne immer Frankfurt als Beispiel. Frankfurt hat nicht neun Hotspots, wie es hier gerade angezeigt wurde, sondern deutlich mehr. Aber wahrscheinlich wurde einfach nur ein Hexagon ausgewählt, bei dem neun Hotspots drin sind. Grundsätzlich wird die ganze Erde aufgeteilt in Hexagoneinheiten, die verschiedene Maßstäbe haben. Ich glaube, 11 ist die höchste. Und hier die Nummern daneben, die zeigen einem an, wie viele Personen, beziehungsweise Hotspots in so einem Hexagon drin sind. Und da kann man sich zum Beispiel anschauen, wer gut verdient. Hier zum Beispiel in den letzten 30 Tagen über 30 Helium verdient. Sobald der Explorer das jetzt geladen hat, werden wir auch sehen, mit wem das Ganze verbunden worden ist. Also da muss in irgendeinem Hochhaus das Ding installiert worden sein. Denn wir sehen hier 90 Meter Höhe, 6,5 dBi und der Verdienst in den letzten 30 Tagen lag bei sensationellen 1500 US-Dollarn. Das ist natürlich wahrscheinlich der am besten performante Hotspot im ganzen Netzwerk, wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich würde gerne wissen, ich lebe, keine Ahnung, in irgendeinem Vorort von Frankfurt, zum Beispiel hier in Kelsterbach. Wie sieht es da aus bei meinen Nachbarn? Da kann man sich zum Beispiel anschauen, okay, wie hoch, wie stark muss meine Antenne sein, damit ich da überhaupt vergleichbare Werte erzielen kann. Und hier zum Beispiel mit einer 8-Dbi-Antenne auf 10 Metern Höhe verdient man pro Monat immerhin 500 Dollar. Das mit der Dbi, das ist der Antennengewinn, darüber werden wir jetzt gleich noch sprechen. Vorher aber die Frage, wo bekomme ich Miner bzw. wie unterscheiden die sich. Dazu kann man hier auf Mein gehen und dann wird einem hier aufgelistet, bei welchen Herstellern man Helium kaufen kann. Wie ihr seht, es macht auf den ersten Blick den Eindruck, dass man da die Qual der Wahl hat und arg vergleichen muss, um zu sehen, was der beste Miner ist, wo man den bekommen kann. Und je nachdem, wann ihr euch dieses Video anschaut, kann es auch durchaus der Fall sein, dass man da die Qual der Wahl hat. Und im Detail unterscheiden sich die Miner definitiv. Jetzt ist allerdings für viele aktuell, deshalb werde ich dieses Thema eher kurz halten, die Situation die, dass man sich den, ich muss es leider so sagen, denn die Heliumgeräte sind so begehrt, dass sie für 1500 Euro auf Ebay verkauft werden. Und ihr habt es gesehen, man konnte es für 4, 3, 4, 500 Dollar teilweise bekommen bei den Herstellern. Deshalb kann man sich aktuell den Luxus einer Auswahl fast nicht erlauben und muss eigentlich den nehmen, den man aktuell bekommen kann. Meiner Meinung nach, da kann man aber sehr gerne mich in den Kommentaren dissen für diese Meinung, aber es gibt aktuell wirklich enorm viele Miner, enorm wenige Miner und man bekommt auch aktuell so gut wie gar keinen. Außer natürlich, wer von euch sagt, hey, ich würde gerne, für mich wäre es auch in Ordnung, wenn ich ihn erst irgendwann im März 2022 bekomme. Dann nutzt gerne den Link in der Beschreibung, ihr bekommt auch 3% Rabatt auf den Miner von Links.dot. Aber wie ihr sehen könnt, die sind leider zum Großteil ausverkauft und es gibt auch nur einen 5G-Provider FreedomFi. Soweit ich weiß, ist aber 5G noch nicht aktiviert. Deshalb ist der, glaube ich, auch nicht bestellbar, aber, beziehungsweise wahrscheinlich, wenn der nur vorstellbar, aber sobald es neue Entwicklungen gibt, meiner Meinung nach, ist die beste Quelle für neueste Entwicklungen im heliumstatus.helium.com oder was, helium.status.com. Ich verlinke es euch auf jeden Fall in der Beschreibung unter diesem Video, beziehungsweise auch der Discord-Server und dort sieht man Hashtag-Announcements von Helium. Das also erstmal zu den Minern. Ich persönlich nutze zum Beispiel unter anderem auch SenseCab und was mich bei SenseCab überzeugt ist, dass es sehr schnell upgedatet wird und die Einrichtung unfassbar einfach war, was mir persönlich es einfach macht, Leuten zum Beispiel zu sagen, hey, ich habe mit SenseCab gute Erfahrungen gemacht, wenn einer von euch zum Beispiel die Möglichkeit hat, einen SenseCab zu holen, dann wieso nicht? Das ist die Ansicht im Helium Explorer, das ist die offizielle Seite von Helium. Da gibt es auch einiges an Tools. Ich persönlich nutze aber, wenn ich mir zum Beispiel die Situation irgendwo anschauen möchte, lieber Hotspotty. Das ist aktuell umsonst, wird sich wahrscheinlich demnächst ändern, darum beeilt euch und meldet euch bei Hotspotty an. Link in der Beschreibung ist wieder ein Affiliate-Link, mit dem ihr mich unterstützen könnt, aber nicht müsst natürlich. Und hier hat man zum Beispiel die Möglichkeit, also hier wird es nicht in Hexagons angezeigt, man kann auch eine Hexagon-Ansicht aktivieren. Da sieht man dann je nach Färbung, wie gut die Transmit Scale im jeweiligen Hexagon ist. Und wie ihr sehen könnt, dieses riesengroße Hexagon ist einfach nur, wie ich am Wochenende, viel zu dicht. Kleiner Spaß, ich trinke keinen Alkohol, aber das kann einem zum Beispiel dabei helfen, wenn man in irgendeinem Randgebiet ist zu einem anderen Hexagon, dass man sagt, okay, ich bewege jetzt meinen, meiner, ich persönlich würde nicht mehr als 100 Meter verschieben, den Hotspot zum Beispiel von hier nach da zu bewegen, weil das Hexagon auf der linken Seite in diesem Fall ist einfach nur so gesättigt, dass mehr Hotspots das Netzwerk nicht wirklich verbessern und dementsprechend bekommt man da auch eine geringere Transmit Scale, wird auch weniger vergütet für seinen Ansatz. Hier zum Beispiel links werden die Hotspots nach Transmit Scale sortiert. Da gibt es noch weitere Filtermöglichkeiten, wie zum Beispiel, jetzt muss ich mich einloggen, um dieses Feature zu nutzen, bin ich jetzt in diesem Fall nicht, Sekunde. So, jetzt sind wir im Dashboard von Crypto Marco und was ich vorhin gesagt habe, ist, man kann zum Beispiel, wenn man sagen möchte, man möchte sich irgendwie anschauen, wie sieht denn so meine Nachbarschaft aus im Netzwerk, da kann man zum Beispiel sagen, okay, zeig mir alle Hotspots an, die relayed sind, das sind all die Hotspots, die hinter einer Firewall sind und zum Beispiel ihren Port öffnen müssen oder eben, wenn man aus irgendwelchen anderen Gründen sagt, zeig mir alle, die eine gute Transit Scale haben, die eine weniger gute Transit Scale haben, damit man zum Beispiel strategisch gezielter seinen Hotspot verschieben kann. Was es darüber hinaus auch noch gibt und ich habe hier parallel dazu auch noch Hotspot RF offen, da kann man zum Beispiel, wenn man den Antennengewinn simulieren möchte, kann man zum Beispiel natürlich das EU-Breitband wählen, dann zum Beispiel sagen, ich habe eine Antenne mit 8 dBi, je mehr, mehr muss nicht unbedingt besser sein, aber dazu werden wir später mehr sagen, Outdoor, dann kann man zum Beispiel einen Hotspot simulieren und ungefähr abschätzen, pardon, mit wie vielen anderen Hotspots man später sich verbinden wird. Dieses Feature wird zum Beispiel demnächst auch in Hotspotty eingebaut, aber was mir persönlich gefällt ist, man kann hier seine eigenen Locations einfügen, also Hotspots, die man hat, man kann Kontakte hinzufügen, also zum Beispiel Freunde, Verwandte, die für einen diese Hotspots betreiben und in den Kontakten kann man auch die Umsatzsteuer-ID reinmachen, also dass es dann später für die Steuer sauber wird und man kann dann hier auch einen Commission Report rauslassen, indem man zum Beispiel eingibt, wie viel die dann vergütet bekommen, also ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, wenn man mehrere Hotspots hat, dann würde ich euch definitiv Hotspotty empfehlen. Das für all diejenigen von euch, die mehrere Hotspots betreiben und jetzt kommen wir dann auch schon zu dem Thema der Antennen. Ihr könnt euch zum Beispiel bei RK Wireless Antennen bestellen, mit dem Link in der Beschreibung, wie immer, wenn ihr mich unterstützen wollt, ansonsten, wenn ihr sagt, hey, das ist mir zu teuer oder da habe ich keine Lust drauf, ihr könnt auch vielleicht schauen, ob ihr auf Amazon Antennen findet, da sind sie halt meistens nicht so verfügbar, werden natürlich auch aus China verschickt, da muss man auch auf den Preis achten und worauf man vor allem achten muss, ist auf die Anschlüsse, die die Antennen bzw. auch die Kabel mit sich bringen. Ja, also so eine kleine Antenne, das ist dann RP, SMA oder SMA alleine, das ist nicht so problematisch, weil das direkt an das Gerät angeschlossen werden kann, aber zum Beispiel so eine 8 dBi Antenne, das ist zum Beispiel eher für den Außeneinsatz geeignet. Bei mir habe ich es zum Beispiel draußen montiert und tatsächlich ein Loch ins Fenster gebohrt, damit die Antenne draußen ist, das Kabel ins Haus reinführt, weil der Sense Cap, den ich an diesem Standort benutze, der ist nicht für einen Außeneinsatz geeignet. Ich hatte da ja ein Video, in dem ich das Ding isoliert habe und mit einer Winterschutzfolie und einer Outdoorbox gemacht habe, aber das war mir ein bisschen zu riskant. Ich wollte da auch nicht, dass irgendwie die mangelnde Abluft oder dann dafür sorgt, dass der überhitzt. Deshalb dieses Thema der Antennen ist auf jeden Fall ein bisschen eine Wissenschaft für sich, also 5,8 bis 8 dBi oder auch noch mehr, ist eine Antenne, die man zum Beispiel verwenden kann, wenn man etwas außerhalb lebt, wie wir es vorhin ja im Explorer gesehen haben. Hier 8 dBi verbindet ganz weit, aber was aktuell das Aber an der ganzen Thematik ist, das Stand heute, wie wir die Proof of Coverage Version 10 haben. Demnächst steht Proof of Coverage Version 11 ins Haus und ab 11 wird der Miner, sobald er den Grenzwert von den dBi überschreitet, in Europa, nicht nur in der EU, gedrosselt. In den USA ist der Grenzwert, glaube ich, 36 dBi, also da wird eigentlich so gut wie nichts gedrosselt, weil es ist schwer an 36 dBi ranzukommen, aber wenn man zum Beispiel einen Miner hat, der alleine schon 13,5 dBm hat und dann auch noch eine Antenne montiert, dann bleibt einem nur noch, ich glaube, höchstens 3 dBi Antenne, kann man da noch hinzufügen, ohne den Grenzwert zu überschreiten. Also der ist, glaube ich, 16,5 in Europa, der Grenzwert. Und wenn man zum Beispiel einen Miner hat, wie gesagt, der Miner alleine hat 13,5 und die Antenne hat 10, ja, da wirst du trotzdem runtergedrosselt auf 16,5. So ist jedenfalls das Proof of Coverage Update 11 auf dem Papier. Wie sich dann in der Wirklichkeit zutragen wird, ob all diejenigen von euch, die starke Antennen gekauft haben, sie jetzt wieder auf Ebay verkaufen können, kann ich jetzt aktuell nicht sagen. Ich glaube, ich persönlich werde da eher abwarten und sehen, wie das Ganze passiert. Und bevor ich jetzt vorschnell handele, vielleicht hat man ja trotzdem einen Vorteil, wenn man eine 8 dBi Antenne hat gegenüber jemandem, der eine 3 dBi Antenne hat, das muss man erst noch in der Realität sehen. Aber wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich möchte jetzt trotzdem eine gute Antenne haben, bestellt sie euch bei RAK Wireless, bestellt sie euch bei Amazon, je nachdem, wo sie verfügbar sind. Ihr findet auch einige Sachen, wie gesagt, verlinkt in der Beschreibung. Und achtet darauf, welches Kabel euer Gerät hat. Meistens ist es RPSMA Female mit einem, wie heißt es nochmal, nicht Stachel, sondern... Mir liegt es auf der Zunge, aber es fällt mir gerade nicht ein. Ist ja auch egal. Pin, genau, mit einem Pin. Und da ist dann auch teilweise die Begrifflichkeit RPSMA Buchse, RPSMA Stecker teilweise ein bisschen verwirrend, aber ich habe das so gemacht, dass ich am Anfang nicht viel davon wusste. Ich hatte neben dem Bildschirm, hatte ich ein Bild von meinem Kabel, was ich zur Verfügung habe und der Antenne und dem Anschluss am Miner, also am besten alles auf einem Bild, sodass ich das dann vergleichen kann und sehe, was ich brauche. Und es gibt auch die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel, hatte ich letztens, da habe ich eine Antenne bekommen mit einem Kabel, das allerdings nicht in den Miner reingepasst hat und da war es dann noch schon genug, einen Adapter zu bestellen, der 2,50 Euro pro Stück kostet, weil man bezahlt, kauft sich eine Packung für 10 Euro und ein Adapter kostet dann dementsprechend, weil es eine Feederpackung ist, kostet dann 2,50 Euro. Das war es dann zum Thema, was ist Helium, wie viel ist es aktuell wert, wo kann ich Helium bekommen, Binance und Crypto.com, Links findet ihr in der Beschreibung. 3% Rabatt auf Links.miner, die im März 2022 frühestens verschickt werden, findet ihr in der Beschreibung. Das sind die Use Cases für Helium, so sieht der Helium Explorer aus, wo man sich das Ganze anschauen kann. Hier kann man auf hotspot.rf kann man Hotspot simulieren, Link findet ihr in der Beschreibung. Dort kriegt ihr 10 Simulationseinheiten umsonst, weil die wollen ja auch natürlich irgendwo ihr Geld machen und Antennen von RK Wireless und Amazon findet ihr in der Beschreibung. Ich persönlich habe meine Miner am Laufen, werde die nicht verkaufen, habe auch noch einige Miner nachbestellt, also long term bin ich auf jeden Fall in Helium drin. Ob ihr euch auch Helium holt, soll jeder für sich selber entscheiden, wie jede andere Finanzentscheidung im Leben. Gibt es da viele verschiedene Faktoren, die man beachten muss, was vor allen Dingen der Verdienst ist, wie viel man verdienen kann, da muss man halt eben kalkulieren, für wie viel kann ich den Miner bekommen und wie lange würde es dauern, bis er sich amortisiert hat. Da kann man sich zum Beispiel in der Umgebung angucken, wie gut die Miner von den Nachbarinnen und Nachbarn performen oder auch zum Beispiel, wenn man Freunde hat, die irgendwo auf einem hohen Gebäude leben. Vielleicht die Arbeit, Familie, Kollegen. Es gibt sogar in Facebook und Ebay gibt es Leute, die nach Menschen suchen, die höher leben, um dort ihren Miner zu platzieren. Da kann man dann schauen, ob man da einen guten Standort bekommen kann. Auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn ja, dann würde ich mich wahnsinnig freuen über einen Like und einen Kommentar. Wenn ihr Fragen habt, sehr gerne. Litecoin und Helium-Adresse nicht vergessen, damit falls das Helium-Network zufällig down ist, wie uns auch wir den Gewinnern, ich den Gewinner, den Gewinn auch per Litecoin als Plan B zuschicken kann. Alles in diesem Video und auf diesem ganzen Kanal ist meine persönliche Meinung und keine Finanzberatung. Abonniert den Kanal mit Glocke, um keine Videos zu verpassen, wenn es um Helium geht, aber allgemein auch Kryptowährungen, NFTs etc. Aktuell ist natürlich der Bedarf an Helium-Videos sehr groß und für mich interessiert das auch, weil es für mich relevant ist und da helfe ich auch gerne. Also in diesem Sinne, wie gesagt, nochmal danke für die Aufmerksamkeit und bis bald. Ciao.